Dieses Video hier wird genauso wie das Master Schwert Video nicht kommentiert sein, da ich einfach nur den Kampf zeigen möchte. Wenn ihr noch weitere Zelda Breath of the Wild Videos haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Es gibt noch einige Easter Eggs, die noch nicht gezeigt wurden und die würde ich gerne euch noch zeigen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Aaaaaah! Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Daruchs Schirm ist jetzt einseitig bereit. Ich beschütze dich. Ich schütze dich. Das war's für heute. 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 Link, streck ihn nieder! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.